Unreal. Realm Games. The Construing House. Press any key. Den habe ich nicht. Natürlich halt einfach irgendwas. Das scheint zu funktionieren. The strange disappearance of eight teenagers three years ago, while their friends claimed that they had to sneak into the manor house. What village dwellers are confused that such a mansion with a bloody path is going to be remained? Some people assume that paranormal phenomena are the cause of several disappearances and murders committed in the house of Atkinson. This is the first time that a team of mediums and parapsychologists gathered to study the paranormal phenomena related to the Atkinson mansion and to unravel the mystery around the murder of Dwight Shaw and the other strange disappearances. Reminding that this place was a masochacy which happened over 100 years ago when the village residents attacked and burned the manor after the discovery of a satanic cult that killed more than 80 innocent people in demonic rituals. Some people say that these ghost stories are only fanciful. But no matter what they think, it is undeniable that a body cannot decompose in one night. Let's not forget that a satanic sect who sacrificed several innocent people lived also in this house 100 years ago. People are in need to know what's going on in that place, reminding that our special delegates went to the village of Wanton Under Edge to cover the investigative team's researchers. We expect to have an answer on Atkinson's mansion phenomena. Do they really exist? Or it's just legends? People are convinced that the place is haunted by demons. Nobody dares to approach the old mansion. Meanwhile, the village residents are calling it The Conjuring House. It's also Conjuring. Can I also mention it? Yeah, after this long intro Hello. Ich möchte euch begrüssen zum ziemlich sicherer Halloween Game, was ich da streame. Und wenn es mir gefällt, spiele ich es auch für mich. Wenn es euch nicht gefällt, dann habt ihr was verpasst. Wenn wir gar nichts verpassen, dann verpassen wir nichts. Wir fangen ein neues Spiel an. Es gibt nur Englische. Aber ich hoffe, es ist ja nicht genau zu blöd. Ja. Los. Ich bin gespannt, ob es wieder ein Intro gibt. Sonst erkläre ich ein wenigmals, was es geht. Soweit ich wie ich weiss. Wie ihr seht, man sieht nichts. Ich mach nichts. Ich mach nichts. Ich mach nichts. Du musst nach unten drücken, du Hirsch. Jeder kann den Türgriff massieren. Das bringt doch nichts. Also, ich würde ja rennen. Aber gut. Nicht 20 mal rumdrehen und sich an jeder Wand festkrallen. Aber gut. Ich würde auch gar nicht... Wow! Ich würde auch gar nicht in so ein Haus gehen. Wohl los bei mir auch nicht da an, dass er alles sieht. Hallo, Vater! Also nicht mein Vater. So. Wisst ihr, Einsatz sind für Wendel. Bei euch mal gar nicht so lieb. Die Ex ist auch schon da. Schmeiss mir meine eigentliche Einrichtung. Ich sage ja, meine Ex ist auch da. Hehehehehehe. Na liebe, was ist denn? Keine Schokolade mehr im Haus? Was? Also ich würde ja mal aufstehen und wegrennen. Aber, ne? Burn, baby burn! Fünf Minuten gespielt. Ohne was zu spielen. Die Grafik ist auch nicht so bombig, wie ich das im letzten Mal gesehen habe. Ich glaube, ich muss da noch wissen, was rand schrauben. Ah, ok. Also ich habe alles auf höchste Qualität. Ich hoffe, das wird sich... Was? Was? Wieso drehe ich mich jetzt? Seit wann dreht man sich denn mit W? Was ist denn der Scheiss? Mit A? Nicht, 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 nicht. Rechts bewegen? Mit Q. Wollt ihr mich veräppeln? Was ist denn? Alter! Was ist denn das für ein Russen-Hack-Gewieser? Russische Steuerung. So, es gibt keinen Deutsch-Patch. Obwohl es angekündigt wurde. Wir sollen da aus dem Haus flüchten. Ja, wenn es sonst nichts ist, ne? Was ist denn auf... Was? Tab? Was ist denn bei Tab? Ah. Seid dabei, ja, ja, ja. Also, warum umgekehrt in den Constructuring-Hack-Hack-Gewieser? Die Filme... Ich drücke zwar... Alter! So, ich habe keine Ahnung, wieso man nicht rennen kann. Ich habe alles versucht. Ich habe auch im System einen PC versucht einzustellen. Es will einfach nicht und... Ja, die Framerate geht ja ein bisschen runter, was ich gerade schade finde, aber... Tut mir sorry. So, was sollen wir tun? Was ist die Aufgabe? Das Constructuring-Hack, bekannt aus den Filmen. Der Constructuring. Der Constructuring, natürlich, tut mir leid. Da kann ich nichts tun. Sieht aber sehr schön aus. Ähm, ja. Der Constructuring. Erzählt ja die Geschichten der echten Dämonenaustreiber. Das Ehepaar. Ich kenne den Namen jetzt nicht. Dann gab es Constructuring 2. Dann gab es Annabelle. Annabelle 2. Und den Namen. Also die Nonne. Die Apolische. Aber wir können gar nicht raus. Okay. Gut, gut. Jetzt habe ich vergessen, wie ich mich umdrehen kann. Haben wir wahrscheinlich nicht mehr programmiert. Okay. Also. Was sollen wir hier tun? Außer uns fürchten. Ja. Wir sind also in diesem Haus. Wo Rituale und was weiss ich alles. Stattgefunden haben. Und das Haus ist nun verflucht. Das ist ja gar nicht mal schön. Was auch nicht schön ist, dass ich keinen Plan habe, was ich tun soll. Ah. Okay. Das kenne ich also nicht. Ich halte den Bauch genau. So. Das nehmen wir erstmal ab. Und krieche mal hinein. Hallo Ratten. Oder seid ihr Mäuse? Ne, ihr seid Ratten. Ich mag Ratten. Ich habe keine Angst vor Ratten. Also. Ich hatte schon mal eine Ratte. So. Aus das Haustier. Eine Cousine. Und die konnte bei mir die. Ärmel lang kraxeln. Und ich habe mit ihr ihrem Schwanz hingespitzt. Es war so ein. So ein buschiger. So ein leicht haariger. Langer Schwanz. Und das fand ich irgendwie ulkig. Und hehehe. Also sie hat mich auch nicht gebissen oder so. Ich war zahm. Natürlich wird man Normalratten. Nicht so einfach. Denn ich denke die sind schon ein bisschen deissig. Ja. Ja. Das Spiel an sich gilt als eines der momentan besten Horror Spiele. Und das ist nicht so. Was ist denn los? Klingt zu komisch. Ist was hinter mir? Wieso läuft jetzt mein Handy? Ist nicht mein Handy. Was ist denn das? Was ist denn das? Was flackert das um? Oha! Mysterioos! Und da war wieder mal die X. Gut. Und jetzt? Es lädt. Es lädt. Es lädt immer noch. Ich zähle dir, dass es lädt. Ich denke das ist nichts für den Let's Play oder? Da schneide ich wieder. Schneide ich wieder. Kein Schwein schaut. Deshalb gibt es einen Halloween Stream. Und wenn es mich packt. Dann. Und euch nicht. Dann. Dann. Spiele ich es dann. Und ihr guckt dann nicht. Hehehe. So. Ich nehme mir an, dass das. Jetzt ein Rückblick ist. Wir kommen also ins Atkins Haus. Hallo. Is anybody there? Leise reingestellt. Aber gut. Da es nur in einem Haus spielt, soll die Grafik auch ziemlich gut sein. Und. Und. Es soll sehr stimmig sein. Es soll nicht Goa sein. Es soll eine Mischung aus Outlast sein. Resident Evil. Ah. Ich kann rennen. Heilige Scheiße. Ich kann rennen. Geil. Geil. Das Spiel ist gerade dreimal besser geworden. Ich kann rennen. Ist doch schön. So. Feinde Expedition Members. Findet die Expeditionsmitglieder. Gut. Oh no. Ist jemand da. Ich bin einfach so ein Angst da. Ich weiss auch. Das ist ein Sofenspiel. Aber es sieht schon verdammt gut aus. Heilige Frist. Das ist sau laut. Wollen wir einen Raum nach einem anderen Kunden gehen? Na. Was solls. Wir fangen mal links an. Es sieht wirklich sehr gut aus. Ich hoffe es ist aufgenommen. Da. Hallo. Selfie der Oma. Ohne Duckface. Wer hätt's gedacht. Iiii. Wer stellt denn sowas hin? Knippen. 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 Kläuschen. Wer knippen an meinem Päuschen. Is this blood? Nein. Ketchup. Was ist denn das für ein schönes Dings. Was ist denn das für ein schönes Dings. Was ist hier passiert? Du bist in einem verfluchten Haus. Es ist alles so. Und du verwunderst dich wenn noch irgendwo etwas rotes am Boden steht. Du sollst einen verdammten Schlüssel aufnehmen. Skorpionschlüssel. Oh. Was war das? Du hörst. Die Tür ist weg. Du hörst. Ich muss dazu auch sagen. Früher waren Türen so gemacht bei ganz alten Häusern. Dass die von selber wieder zu gehen. Also wenn jemand in ein altes Haus geht. Diese Uhr ist. Ich hab's mal gewusst. Ich weiß nicht ob das jetzt echt oder gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich hab mal was gewusst über solche Uhren. Ich weiss jetzt nicht mehr. Mein Hirn. Äh ja. Dann ist das nicht Geister. Sondern. Dass die so gemacht sind. Damals wurden. Habe ich ein Spielbild? Nein. Dass die von selber wieder zu gehen. Das sind nicht Geister. Das sind. Das ist Architektur. Muss man. Kann man. Wissen. Wenn ich das oder was. Wenn ich allerdings Schritt gehöre. Und ich seid allein in meinem Haus. Dann. Ist das was anderes. So. Ah. Die Tür ist zu. Ich muss nicht unbedingt. Hab ich nicht vorher. Egal. Ich dachte eigentlich. Ich hätte eigentlich. Dass ich mich schnell. Drehen kann. Mit einer gewissen. Tastik. Das hab ich wohl. Wieder verbockt. Naja. Ich spiele ja nicht so lang. Aber es sieht verdammt gut aus. Ein Spielbild von Let's Playern. Und in. Communities extrem gelobt. Es lockert wieder. Ich hab doch einen Key. Nicht den Key. Was? Find pieces Key. Und ich hab den Scorpio Key. Das ist ja mal schön. Auch so. Ne. Nur blockiert. Schrei nicht so rum. Als wenn ich in so einem Haus die Klappe halte. Ganz ehrlich. Ich spür so was von die Klappe halten. Ja. Und jetzt? Jetzt bin ich hier. Irgendwie hab ich Inventar. Ich hab ja nichts. Ne. Geh halbwegs nach unten. Was ist das? Wir können rennen. Ich bin so begeistert. Wir können rennen. Ich bin so begeistert. Oh. Ich geh wieder raus. Leck mich. I can't leave now. I gotta find the team member. Ja. Ruf doch die Polizei du Hirsch. Ich kenn nicht. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Vergeistert. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Alter. Schick dir ein SWAT Team rein. Meine Fresse. Ah. Es wird ja immer schöner. Lange. Gruseliger. Rang. Grosses. Gruseliges Zimmer. Wo. Was. Bitte sag mich das ein Leck ist. Bitte sag mich das ein Glitch ist. Bitte sag mich das ein Glitch ist. Ich will nichts. Ich will nichts. Nein. Wieso spiel ich so was mit den Lieder nach dir? Ich bin dumm. Ich bin dumm. Nein. Nein. Ich schwitze mich wieder voll. Schwitzen. Ich schwitze mich voll. Ich hab nicht alles anders. Gärtner war auch schon lange nicht mehr da. War das vorher schon so? Ich hab nicht hingeschaut. Ich bin zu. Ich hab zu viel Angst bei sowas. Ich freue mich auf den Halloween Stream. Vögel. Ich hab mir als nur einen Vogel. Sorry. Hat sich da was bewegt? Also ich persönlich wäre froh, wenn so wenig wie möglich da wären. Ich hab so Bock das Spiel einfach so wieder zu spielen, aber vielleicht spiel ich es für mich und mach dann im Stream, dass ich dann ein bisschen weiss wie es geht. Aber jedenfalls, ich glaube es ist genug aufgenommen für den Moment. Hard, Hard, Edgy Badge. Wobei, wenn der Park gut ankommt, gibt es einen zweiten. Aber ich denke nicht, dass sowas bei euch ankommt. Bei Jurassic World wurde ich auch schon gemotzt. Also, wir sehen uns. Sehe ich im Halloween-Stream. Das gibt's. Tschüss. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.